Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Necropolis. Ich bin euer Cookie und ihr seht, lebt Gertrud nur. Aber ich hoffe auch noch länger, weil Gertrud ist Waifu. Merkt er alle, ne? Oh, oh, King Kong. Ist das dein Ernst, Kingi? Aua. Na. Na. Was ist das? Oh Gott, ich hab so viel Dark Souls gespielt. Na. Na, kommt schon. Ich will den Typen hier umbringen. So. Den haben wir jetzt gekillt. Haben wir noch irgendeinen Trank? Nein, nein, nein. Gertrud, du stürzt mir nicht weg. Na? Komm mal her. Oi. Alter, war das hart. Alter. Alter. Junge. Scheiße. Das wird immer krasser. Ich weiß gar nicht, wie ich das... Wie ich das noch... Äh, äh, hier klarkriegen soll. Mama mia. Jo, danke. Ach, ne. Lass mal, lass mal stecken, okay? Hä? Wir waren hier schon. Okay. Super, normale Rationen nehmen wir gleich. Aber warum? Scheinbar ist die andere Rüstung, habe ich mehr, äh, Death. Und mit der hier habe ich mehr Damage, aber weniger Death. Das bedeutet, Cookie darf jetzt noch mehr aufpassen. Hm. Kann man da langlaufen? Kann man da langlaufen? Hm. Kann man da rüberspringen? Okay. Was gibt's hier? Jo. Das wollte ich zwar nicht. Und es hat überlebt. Gertrud. So geht das aber nicht. Das kannst du nicht machen. Hm. Ich bin echt ges... Ach, nö. Jo, danke. Sehr nett von dir. Aufheben. Natürlich aufheben, komm. Wollen wir nehmen immer mit. Endet ja, Gott sei Dank nicht mehr so wie damals. Äh. Ach, haben wir? Friss einfach mal das hier. Na? Oi, oi, oi. Der Rast sieht ja richtig aus. Ding, komm. Bleib mal ruhig. Okay. Na? Der Rast... Oh. Nein. 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 Wir weichen aus. Sind Gertrud gesteckt? Au. Prügelt auch meine Gertrud ein? Ich glaube, das sagt hier. Ich glaube, das sagt hier. Hier Arschgeil. Meine Herren. Das wird immer schwerer, Alter. Ich weiß gar nicht, ob wir das... Alter. Und wir sind erst drei Minuten in der Aufnahme, meine Freunde. Ich kann euch nicht versprechen, dass Gertrud das schafft mit meinem Skill Level. Wir brauchen eine bessere Waffe. Nur wir kriegen Wasser. Das ist die andere Frage, ne? Äh? Sind das immer unterschiedliche? Ja, wo kommen wir denn jetzt hier lang? Oh. Äh. Serious. Und jetzt komplett durch? Au. Komisch, komisch, meine Freunde. Sehr komisch. Wir waren hier aber... Aber da landen mussten. So. Wir hatten ja in dem Sinne keine andere Wahl. Mann. Wir treffen auch gar nichts. Äh. Hier ist Hühnchen. Hast du noch ein paar Tränke, Alter? Ich brauche ein paar. Mach auf, Junge. Ich habe Bock. Bock dich selber an. Ja, ich gehe schon. Ich gehe schon. Ich gehe schon. Du musst nicht mehr ausrasten. Hm. Den haben wir schnell umgemacht. Da fahren wir wieder durch, ne? Das ist... Das ist hier für mich gerade ein bisschen... Äh, komisch. Wenn du verstehst, wie ich es meine. Hier waren wir ja auch. Nein, hier waren wir nicht. Da ist jemand anders draufgekommen. Oh, eine Kiste. Gut, gut. Gertrud, du schaffst das. Denn du bist die Beste. I'm going to ask for... Oh, was steht hier? Ah, letzter Akrimul. Ragt über die Knochenmauer mit dem großen Siegel und sprach... Lauschet, was geht denn hier ab? Oh, gute Frage. Nicht wahr? Scheinbar nicht viel, meine Freunde. Mann, das ist schon wieder so eine Indie, wo man sich einfach verirrt. Mann, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ja, rennen wir mal da lang. Ist kein Problem. So. Wir laufen nochmal hier lang. Ich mag dieses Sewer-Innie nicht. Also diesen Kanal-Innie mag hier echt nicht. Hier waren wir schon. So, springen wir da rüber. Weil das Leben doch so schön ist. So schön. Walalalala. Äh. Wenn... Oh, wir haben es umgebracht. Das Schlimme bei Nekropole... Ich weiß nicht, ob ich lagge, damit das so ist. Dass wenn ich ein paar Mal schlage und er in dieser Ausführung ist, dass er dann trotzdem hier so weiterschlägt, wenn er versteht, wie ich es meine. Dass selbst wenn ich versuche abzubrechen, es nicht klappt. Das bringt mich oft in eine Bredouille, ganz besonders mit der Waffe. Als ich diese Prophezeiung des Auserwählten erfunden habe, hätte ich mir nicht gedacht, dass ihr mir glauben würdet. Ich bin verdammt gut. Lasse dich. Jo, Kamerad. Wie geht's dir? Fuck me. Oha. Eiswaffe? Ich habe eine Eiswaffe. Jo, danke. Nice try. Hit me. Alter, er wird von dem Schild wieder nicht umgeschleudert. Hammerletz. Och, ist das ein Hammer? Die Zeit vergeht nur langsam, wie auch das Eis, das sich mit diesem Hammerkopfer findet. Beides kann tödlich sein. Nur eben nicht für Schneckenmager. Jo, Kleiner, wie geht's dir? Was ist denn da jetzt hin? Okay. Na, was hat die Truhe für uns? Schatten mit einem Junkerstab. Wäre es nicht wundervoll? Ah, okay. Mann, die schreien aber. Muss ja echt heftig da drüben zugehen. Wenn da versteht, wie es mal einer. Entschuldigt für's Reus, Mann. Wir trinken erstmal einen Ton der Vitalität. Einfach nur eine bessere Waffe. Guck mal, wie die hier zuschlägt. Naja. Ging's hier auch irgendwo lang? Nein. Hier waren wir überall, okay. Dann geht's nur noch hier lang. Oder nicht? Jo, danke. Voll nett von dir. Da können wir wieder lang. Mit diesen Portalen, ne? Ich finde das momentan echt schrecklich. Lass mich raten, da kommen wir da lang. Hm. Alter. Ernsthaft? Was für Säcke. Die schmeißen Kronleuchter nach uns. Aber Gertrug kann, wenn Kronleuchter nicht aufhalten. Dass wir das noch nicht realisiert haben, ist ein bisschen traurig. Jo. Jo. Danke. Sehr nett von dir. Sehr nett von dir. Mhm. Karnemagie. Wo gehen wir jetzt hier lang? Kommt mal ran hier, meine Freunde. Ich hab was für euch. Er versucht rückwärts zu gehen. Er versucht vorwärts zu gehen. Na? Uuh. Jo, was sind das für Killerkugel? Na? Bleib stehen. Kann der Schild auch sowas? Ne. Wir wissen echt nicht, wo wir grad lang gehen. Ich hab ein bisschen Sorge, um ehrlich zu sein. Okay. Interessant. Damit siehst du dann, haha, hier kommt's nicht weiter, oder was? Hm. Bin ich nett. Gut, dass Gertrug so einen guten Orientierungssinn hat. Aha. Oder besser gesagt, ein Bauchgefühl. Genau weiß, wo sie hin muss. Hä? Waren wir nicht hier schon? Obwohl. Glaube nicht. Verstüppeltes Fleisch. Mensch. Gibt's hier noch was Schönes in der Ecke? Ne. Schade, schade. Uh. Gertrug ist live hoch. Mann, dein Ernst. Na. 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 Komm mal her. Bye-bye. An seiner Stelle hätte ich schon längst aufgegeben. Wir gehen erstmal rechts. Dann sind hier die ganzen Schilde kaputt. Na. Hör auf zu schreien. Hör auf zu schreien. Gut. Ah, er hat aufgehört. Wir haben ihn dazu gebracht, aufzuhören. Oi, oi, oi. Na. Na, komm her. Na. Stirb doch endlich. Okay, komm. Ich muss jetzt so viel verballern hier für den. Aber wisst ihr, es ist mir zu gefährlich mit der Waffe. Wir wollen Gertrud weiter am Leben erhalten. Gertrud, das hast du, du hast eine tolle Entscheidung getroffen. Lauf erstmal zurück, guck, was in der anderen Gegend ist, weil das sah echt nicht nett aus. Und wir wissen ja, wir haben immer Respekt vor sämtlichen fremdartigen Wesen, die wir noch nicht gesehen haben oder kennengelernt haben. Alter, Gertrud. Gertrud. Do me the favor. Eine Bitch, schlepp sie alle. Was ist denn nicht so aus, Alter? Was ist mit dem los? Mann. Naja, drüge mit dem anderen. Drüge dich doch mit wem anderen. Komm. Meine Herren, warum sind die so krass? Ist die Waffe so scheiße oder bin ich einfach nur schlecht geworden? Na, komm her. Trink das mal. Danke. Ja. Sehr nett von euch. Sehr. Au. Ich bin noch so klein. Mann, stirb. Ich will ihn doch nur treffen. Na, du und du und deine Schüsse, da gehen die Ehe auf den Sack. Hm. Yo. Hast du nice gemacht? Dreh dich nochmal. Wie gar. Mal aus League of Legends. Ah. Alter, ist das hier schwer. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Na? Zischt ab, zischt ab. Na? Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Ich komm hier nicht weg, Alter. Ich komm vor dir nicht weg. Das ist unfair. Na? Na? Kommt her. Jetzt reicht's mir. Ach, wir machen den Urschlag. Komm. Den haben wir tot. So, jetzt müssen wir uns nur noch um den Knochen machen. Boah. War das hart. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. So langsam verzweifle ich hier, meine Freunde. Traurig, aber wahr. Na? Lauf doch nicht weg, mein Freund. Da ist ne Kiste. Wir gehen erst zur Kiste. Lass mich raten, wir sind gleich wieder am Anfang. Mann, die Inni mag ich. Ich mag die Inni nicht. Ich vermisse, ich vermisse, ich vermisse diese einfache Monster. Oh, wow. Sehr interessant. Trank, ja. Mach ich nicht noch einmal. Kababanga, meine Freunde. Kababanga. Wer kommst du denn? Na? Das hat er alles abgetriegt. Ja? Komm. 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 Ja, woher kommst du? Schrei doch noch ein paar Mal. Hier kommt denen sowieso niemand zur Hilfe. Immer diese Unverschämtheiten hier. Hä? Guck mal denn hier lang. Äh. Oh. Coole Schwerter. Mein Freund. Was ist das für eine Schriftrolle? Ein Rezept für einen unbekannten Traum. Oh, 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 oh. Jo. Alles ist toll. Alles ist gut, solange du wild bist. Mit dir wollte ich mich nicht einlegen. Alter, hat er so Damage gemacht. Nicht Gertrud. Gertrud. Oh mein Gott. Gertrud. Danke. Danke. Nochmals danke. Du hast. Du hast so viel geschafft. Wirklich. Dein Mann wird stolz sein. Ihr habt viel zu reden. Wenn er wieder, wenn du ihn triffst. Wow. Was soll ich dazu noch sagen? Da bleibt er nur noch. Scheiße. Scheiße. Aber richtig scheiße. Komm, wir nehmen Blau. Wir nehmen diesmal den Mann. Sohn von Daraat. Oh. Oh. Warum Gertrud. Oh, das viel. Wenn ich das nochmal sehe, ne. Da werde ich definitiv aufpassen. Aber mit einem Schlag hat es mir einfach mal so gut wie meine ganze HP weggenommen. Also genommen. Weggebracht. Brügelt. Wie man es auch nennen will. Ja, ja. Geh du mal. Geh mal mit dem nicht, mein Freund. Greffen und treffen lassen. Sind das du sozusagen diese Powerangriff kennst, kannst du sie ohne weiteres Ausführen angeben. Aha. Das Schlüssel der Verteidigung ist verschillt. Kommt vor. Wenn du es richtig an den richtigen Stellen hochhältst, kannst du mächtig an den. Hartgeber für Chemie. Kappedien. Das Gefühl, das ist irgendwie nur ein Gefühl von zwei Edelsteinen in der Tasche übertroffen. Das hört sich an wie wir kriegen mehr Geld. Und mehr Geld ist immer gut. Das wissen wir. Aber meine Freunde. Ich werde mir noch einen Namen für ihn hier ausdenken. Und eine kleine Backstory. Danke fürs Zuschauen. Vergesst niemals. Nimm deinen LP. Sagt der Langenweiler. Ade. Und Mann, das zieht mich jetzt ein wenig runter. Aber egal. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt zu einer weiteren Folge Necropolis. Danke fürs Zuschauen.